Der Perillo von Zyko ist das Aushängeschild unseres Partners Zyko. Ich sitze gerade selber da drauf. Das ist wirklich unschlagbar, wenn es um Design und wenn es um etwas Besonderes geht, was gleichzeitig einen wirklich überraschenden Sitzkomfort hat. Sie können diese wunderschöne Schale voll umpolstern und mit Leder oder Stoff beziehen lassen. Oder Sie nutzen die Variante, die ich gerade habe. Da ist nur die Sitzfläche bezogen und der Rücken bleibt in Kunststoff. Das Kunststoff kann in verschiedenen Farben ausgewählt werden. Die Füße können vom Tellerfuß über ein Vierfuß hin bis zu einem Rollenfuß ausgewählt werden. Und so findet der Lidl Perillo oder auch der Perillo XS immer wieder auch Einsatz in Bereichen, in denen man eben nicht so bürolastig einrichten möchte. Sogar zu Hause, am Wohnzimmer oder vielleicht in anderen Bereichen Ihres Zuhauses ist der Perillo ein gern gesehener Gast.